Hallöchen, ich bin Tayo und hier in meinem neuen Video zeige ich dir ein wunderbares Präsent, das sich bestens als Wichtelgeschenk, Weihnachtsüberraschung und zuckersüße Kleinigkeit für zwischendurch eignet. Und zwar handelt es sich hierbei um eine Do-It-Yourself Backmischung zu verschenken. Du fragst dich jetzt bestimmt, was soll denn das schon wieder für scharf sein? Ha, das zeige ich dir, komm mit! Wir verschenken eine selbst zusammengestellte Backmischung im Glas. Ich verwende hier eine sehr einfach zu machende Mischung, die sogar ganz ohne Ei und Butter auskommt. Also wirklich anspruchslos und auch für ungeübte Bäcker geeignet. Das Glas, man kann auch eine Flasche nehmen, wird schichtweise mit folgenden Zutaten gefüllt. 150 Gramm Mehl, 150 Gramm Nüsse bzw. so wie ich hier Haferflocken, 100 Gramm Zucker, 2 Teelöffel Backpulver und 50 Gramm Kaukau. Das war's schon. Deckel zu. Auf ein Blatt Papier schreiben wir dann noch das Rezept auf. Rezept für leckere Brownies. Diese Backmischung gemeinsam mit ca. 150 Milliliter Milch zu einem Teig verrühren. Bei 180 Grad Ober-Unterhitze für 20 bis 25 Minuten backen. Gutes Gelingen, dein Tayo. Am Glas befestigen wir jetzt einfach ein Geschenksband und auf dieses wird dann unser zusammengerolltes Rezept geknotet. Und schon ist unser Geschenk fertig. So sehen die Brownies übrigens gebacken aus. Mhhh. Zwar ein einfaches, aber trotzdem leckeres Rezept. Man kann natürlich auch jedes andere Rezept als Backmischung umfunktionieren. Wenn dir mein Video gefallen hat, freue ich mich sehr bei einem Däumchen nach oben von dir. Über ein Abo mit aktivierter Glocke würde ich mich ganz besonders freuen. Und schau dir doch gerne auch meine anderen Videos an. Das freut mich auch. Heute freut mich einfach alles. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Doh ninguém. S take care. Super 20 Minuten so 24 Minuten.